Bevor wir uns den Verschwörungstheorien widmen, nur ganz kurz noch mal der Punkt, der die erste Hälfte dessen ist, was ihr Leben ganz drastisch verbessern könnte, neben der GWÖ-GWO-Kombi ist es also, eigentlich ist das die Formel, Sie sollten jetzt auch sofort anfangen, alle anderen zu fragen, sagen Sie uns jetzt sofort, und bei hier, da ist unsere Telefonnummer, wo wir uns irren, wenn wir die Gemeinwohlökonomie, die Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination plus die völlig andere Gesprächskultur des Professor Sir Karl R. Popper Falsifikationismus-Talks für unsere letzte Menschheitshoffnung halten. Sprechen Sie ganz anders mit den Menschen, lernen Sie ganz anders mit den Menschen zu sprechen, dann hätte die Menschheit vielleicht noch eine Chance, glücklich werden zu können, vielleicht. So, und jetzt gucke ich hier hin und mache das Ganze groß. Und pausiere erst mal. Ja, Verschwörungstheorien, woher sie wirklich kommen. Ja, also in der Öffentlichkeit, in der Marktwirtschaft, versteht man ja nichts von nichts. Das heißt, da wird zwar geschimpft über die Verschwörungstheorien, aber es wird nicht nachgedacht darüber, woher die wirklich kommen, woher kommt dieses Phänomen, dass da also Menschen als Verbrecher bezeichnet werden, ohne Beweis, also quasi falsche Verdächtigung praktiziert wird, üble Nachrede und so weiter. Das ist ja eigentlich, sind die Verschwörungstheorien ja Auffetzungen zum Begehen von Straftaten oder von Vergehen oder was auch immer, jedenfalls von verbotenen Handlungen. Ja, und woher kommt so etwas? Wer profitiert davon, wenn mehr Menschen verbotene Handlungen tätigen? Naja, alle sparten innere Sicherheit. Wenn sie hingehen und aufgrund von Verschwörungstheoretiken Politiker beleidigen als Verbrecher und beschimpfen als Verbrecher und so weiter, dann können sich an ihnen bereichern, Rechtsanwaltssparten, Polizeisparten, Staatsanwaltssparten, Richtersparten, Gefängnissparten eventuell. Also alle sparten innere Sicherheit können sich daran bereichern, wenn die Verschwörungstheorien sozusagen die Menschen aufhetzen, andere Menschen leichtfertig als Verschwörer und Verbrecher zu beschimpfen, ohne Beweise und ohne alles. Und also eine Kultur der Unterstellung sozusagen und der üblen Nachrede und so weiter. Und deswegen fragen wir jetzt in der modernen Naturwissenschaft, ja, welche, was sind das für parasitäre Meme, Killer-Viren des Geistes, irrationale Kognitionen, also welche vorteilbringenden Irrtümer spielen da eine Rolle, und zwar welcher Sparten. Und jetzt diese Sparten innere Sicherheit senden also sozusagen paradoxerweise genau die verschwörungstheoretischen Irrtümer aus, die die Leute letztendlich dazu verleiten, verbotene Handlungen zu begehen. Das ist so ähnlich wie in der, die Medizin lebt davon, dass sie die Menschen dazu bringt, sozusagen sich selbst möglichst schnell krank zu machen, weil sie dann als Patienten viel Geld bringen. Und jetzt ist es quasi so, dass die Sparten innere Sicherheit mit über die Verschwörungstheorien, die besonders von ihnen ausgegangen sind in der Historie sozusagen, die Menschen auffetzen dazu, andere Menschen unberechtigterweise als Verschwörer und Verbrecher zu beschimpfen, zu beleidigen, zu diffamieren und so weiter. Und das am Ende gibt es die einzigen, die an solchen unsinnigen Streitigkeiten verdienen, die sparten innere Sicherheit. Und so muss man vorgehen. Das heißt also, einerseits sind die Verschwörungstheorien also einerseits Aufhetzung zu verbotenen Handlungen, auf der anderen Seite hetzen sie natürlich die Menschen aus, auf, viel Geld auszugeben für Anzeigen oder für Anklagen vor Gericht und für Prozessverfahren, viel Geld auszugeben, wie zuletzt ja in der Querdenker-Szene geschehen, wo die Leute so circa 1.000 Euro überwiesen haben in der völlig unrealistischen Hoffnung. Dann würden dann also Gerichtsprozesse geführt werden, um dann die vermeintlichen Verbrecher zu überführen. Und zwar die Verbrecher im Gesundheitswesen, die also ja angeblich sich ihrer Schuld bewusst gewesen wären. In Wirklichkeit haben die nur eben bestimmte vorteilbringende Irrtümer im Kopf gehabt und geglaubt, aufgrund derer sie, die Bevölkerung dazu angehalten haben, ganz viel Geld für irgendwelche fragwürdigen Gesundheitsmaßnahmen auszugeben. Aber es ist völlig daneben zu denken, dass diese Leute alle Verbrecher oder Verschwörer seien. Nein, die glauben einfach, diejenigen vorteilbringenden Irrtümer, ihre eigenen Gesundheitssparten, von denen sie ja sozialisiert wurden und indoktriniert wurden, genau diese vorteilbringenden Irrtümer der Gesundheitssparten, die ihnen und ihren Kollegen viel Geld bringen, zu glauben. Und insofern ist da also niemand sich irgendeiner Schuld bewusst. Und wir können natürlich Menschheitsprobleme nicht lösen über Prozesse, sondern wir müssen verstehen, dass diese Aufhetzung zu Prozessen auch wieder nur beendet werden kann, dadurch, dass man den Sparten innere Sicherheit genauso wie den Gesundheitssparten und genauso wie den Sozialsparten immer dann am meisten Geld und Belohnung gibt, wenn sie die Probleme beseitigen und nicht vergrößern. Also wenn die Sparten innere Sicherheit dafür sorgen, dass es gar keine Straftäter mehr gibt, muss es die höchsten finanziellen Belohnungen für die Verursacher dieses Verschwindens von Straftaten geben. Genauso wie es in den Gesundheitssparten dann am meisten Geld geben muss für diejenigen Praxen, die dafür sorgen, dass Krankheit aus der Gesellschaft weitgehend verschwindet. Diese werden dafür dann belohnt. Und die Sozialsparten werden dafür belohnt, wenn Armut, Not und Arbeitslosigkeit und Obdachlosigkeit und so weiter, also wenn Sozialfälle aus der Welt verschwinden, in Wohnungen und Arbeiten und Arbeit kommen und so weiter, sich reintegriert werden in die Gesellschaft, dann muss es am meisten Belohnung geben. Und genau das macht die Marktwirtschaft total verkehrt. Und nur die GWÖ-GWO-Kombi, die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung-Kombination macht das richtig. Tschüssi!